Ja, Mahlzeit! Oder auch einen schönen guten Tag! Heute gucken wir uns an, was sich in diesem Paket befindet. Das ist aber kein feine Pakete auspacken Video, sondern ein Mock Video. Ich selber bin ja nicht der größte Mock Bauer, dennoch habe ich jetzt inzwischen richtig Lust bekommen, selber es mal auszuprobieren und einen Mock zu bauen. Und ich fange jetzt schon mal an, das Ganze hier auszupacken. So lange erzähle ich dann einfach mal ein bisschen, was ich mir denn dabei denke. Also, wie gesagt, ich selber bin ja nicht der größte Mock Bauer, dennoch habe ich Lust bekommen, jetzt immer mal ein bisschen so zu basteln. Und ihr könnt jetzt nicht das perfekte Mock erwarten, wie bei manch anderen. Ich werde es einfach mal ausprobieren und dazu habe ich mir halt eine Szene von Star Wars ausgesucht, die halt auch, denke ich jetzt erst mal, relativ einfach nachzustellen ist. Und zwar ist es aus Episode 3 von der Order 66 eine Szene, beziehungsweise halt dann schon nach der Order 66, also der Marsch von Anakin auf den Jedi-Tempel. Und dazu habe ich mich halt entschieden, weil ich jetzt mir erst mal denke, dass die Szene einfach nachzustellen ist. Und zweitens natürlich, weil ich die Szene cool finde, genauso wie die 501. Legion. Ich werde das Ganze hier mal einblenden, welche Szene ich denn meine. Und zwar. Und jetzt zu den Steinen. Also ich habe mir tausend von den 2x2 Bricks bestellt, um halt hochzubauen. Dann, also in Lightbrush Grey, dann auch in Lightbrush Grey die 2x8er Steine. Hier noch ein paar Platten und zwar 8x16 und Fliesen in hellgrau und dunkelgrau. Also 2x2 Fliesen, um halt, ja, den Boden darzustellen. Ansonsten habe ich dann hier noch ein paar 1x8er Steine und hier sind dann noch andere Teile, die sich gerade angeboten haben, die ich dann noch so brauchte für andere Sachen. Ja, soviel zu diesem kurzen Video, zu diesem kurzen ersten Mock-Video. Ich werde es einfach mal ausprobieren und im nächsten Teil werden wir ja dann sehen, was ich denn eventuell schon angefangen habe, beziehungsweise wie es denn läuft. Das war es von meiner Seite aus. Teil mir gerne mit, ob du Mocks baust, wie du Mocks findest. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und ciao!